Wird es wieder so ein Schleppwurm, ja, stundenlang rumtragend nicht essen? Ich weiß, dass du den noch nicht runtergeschluckt hast. Okay, jetzt doch, jetzt mal wieder hinlegen. Ja, muss man ein paar mal pikken lassen. Warum wird denn der wieder nicht gegessen? Brauchst du immer ein bisschen Wegproviant? Na, wo ist er? Zeig! Na, 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 na. So ist besser. Ja, 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 ich weiß, was du wolltest. Zeig her den Wurm. Wo ist er? Der Schleppwurm? Knick, knick, knick. Unglaublich, Pixi. Ja. Da ist er. Guten Tag, Schleppwurm. Du lernst jetzt auch mal meine Tastatur kennen, weil der Pixi dich jetzt überall mitschleppt. Vielleicht wirst du heute Abend gegessen. Vielleicht aber auch nicht, wenn er dich vorher in die Tastatur einmassiert. Ja, so ist besser. Da kannst du nur staunen, Tibi, oder? Bei dir geht es ratzifatzi schnell. Ich denke, er bär. Na, 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 na. Pixi, äh, 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 komm zurück. Hier. So ist prima. Boom. Siehst du? Übermut tut selten gut. Bist du runtergefallen. Okay, dann rennen wir da rum.